Ein Soundeffekt will. Wenn wir ihn in dieser Reparatur noch reparieren gehen. Oder in dieser Reparatur noch Folgen gehen. Eigentlich würde ich sagen in dieser Folge noch reparieren gehen. Der will nicht fahren. Dann ist er gut. Dann fahre ich jetzt. Das ist so eine Reizung, dass man gut umspielen wollen könnte. Ich weiss auch nicht. Betreffend Livestream. Das war ein guter Satz. Nein, betreffend Livestream. Ich weiss nicht. Eigentlich möchte ich gerne einen machen. Wenn es einen gibt, ist es Minecraft. Minecraft bin ich geheim. Wenn ich sonst etwas mache. Dann muss ich das zusätzlich noch aufnehmen. Damit das nicht sieht. Für die Folgen auch. Was habe ich auch? Ich bin schon wieder müde. Morgen. Zwei vor sieben. Zwei vor sieben. Schon wieder müde. Man könnte auch dazu sagen, Shit happens. Ich weiss gar nicht, warum ich jetzt auf Shit happens gekommen bin. Gang herausnehmen kann. Ich habe in der letzten Zeit immer Mühe, dass ich den Gang nicht so herausnehmen kann. Lauf. Lauf. Wir sind so viel vor dem Ziel. Ich muss einfach die Kupplung immer gut durchdrücken. Weil ich habe die Kupplung immer ein bisschen gedrückt. Darum fahre ich ihn in die maximale Geschwindigkeit. So muss ich den Joystick nach vorne drücken. Und jetzt habe ich den Joystick voll nach hinten gezogen. Und danach nach vorne gedrückt. Dann läuft der LKW meistens auch, wenn er ein bisschen Schaden hat. Aber wie es weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge. Nein, Spass. Ich will euch nicht. Der beste April. Ich weiss nicht, wann der ist. Ist das Problem. Weil da wollte ich ein 1. April Special machen. Natürlich mit April Scherz. Der April Scherz könnte sein. Einen Verarschen auf. Warum schaltet er immer die 11 ein? Früher war es besser. Konnte ich den Gang noch rausnehmen. Ich habe jetzt immer etwas Mühe. Jetzt habe ich Vollgas gekippt. Ich habe jetzt glaube ich gestützt. Jetzt bin ich auf der Kupplung stehen. Jetzt bin ich auf der Kupplung stehen. Ich habe jetzt die Tast von Joystick drückt. Ich kann nicht mehr so. Ich kann nicht mehr so. Wir sind am Zielort. Wir sind am Zielort. Wir sind am Zielort. Wir haben Applaus verdient. Wo ist das? Jetzt machen wir einen Action Schmackschem. Jetzt machen wir einen Action Schmackschem. Ist das alles? Es ist lang gut. Dann beenden wir mal diese App. Und ich kann jetzt kurz schauen, ob man hier hört. dass ich die Tast von Joystick drücke. Nicht die gleiche wie das Rest. Und man hört, dass ich die Rückfahrtaste. Ich kann natürlich auch die Automattーー-Suche. Das ist normal. Ich kann dich wieder mit das Z something. Mansolution hast du? Es ist besser. Nun.- Es ist besser. Ich bin sicher. Ich möchte keine Autoversionen öffnen. Und das Lopez-Bereinander sein. Ich weiss nicht. Ich habe auch die 11 darin. Ich kann den Gang nicht rausnehmen. Ich habe da immer mehr mögen. Ja, jetzt habe ich einfach auf die 12 gestellt und da kommt ja nichts mehr. Dann wird der Scheiss doch nicht mehr nach vorne gerückt. Sonst habe ich auch richtig Probleme. Wenn ich die 4 mit der 2 auf die Kuppeln sollte rein. Früher konnte ich einfach kurz nach hinten das anmachen und dann noch der Gang raus. Das geht das nicht. Jetzt habe ich immer die 149 darin. Nein, das hat uns viel schade. Bei dem Levelaufstieg. Ja, ich will die weiteren Fernfahrten fahren. Wir fahren jetzt noch kurz bis zur Weichstadt. Dann haben wir die schlimme Zeit mit unserem LKW auch hinter uns. Das war ein Glück gehabt, nenne ich das. Aber wir sind schon bei 26 Minuten. Ich glaube das zwar fast gar nicht. Aber das muss es sein. Ich konvertiere sie ja ab jetzt. Also nicht ab diesem Video. Ab heute. Was ich ab heute. Nein, was ich ab gestern die 2. Die neuere Minecraft Rush die raus kann. Minecraft Minigame Rush 2. Also Rush Minecraft Minigame 2. Die wurden konvertiert auf hochlösende Dinge. Und jetzt habt ihr auch 720 oder 1028. Einfach die 2 HD Auflösungen. Habt ihr jetzt auch. Ich merke es. Fast 3 mal so lange zu konvertieren. Röndern schneiden und so. Und auch. Glaub ich. Die Datei gestern hatte. 3 Stunden für den YouTube hochzuladen. Oder länger. Ich hab die etwa. 12. Ich hab die um 6 Uhr gestartet. Danach war ich raus. Nicht bei den Polen. Ich wollte Badminton sagen. Badminton spielen. Haben wir überhaupt so viel Geld? Warum mag ich das? Wenn ich das hier. Ich habe das falsch gedrückt. Es kostet etwa 40.000. Konto. Der Konto stand. Ist unter. Unter dem limitierten. Bekommen. Bitte besuchen sie. Ich hab die Konto. Ich hab die Konto. Ich hab die Konto. Ich hab die Konto. Ich hab die Konto stärker belastet. Dass sie die Gelegenheit haben. Diese Situation zu lösen. Ich möchte sie freundlich bitten. Für die Konto. Im nächsten Ausgleich zu schaffen. Mit möglichen Büsse. Ihr Konto über. Treue. Bank. Haben wir jetzt noch einen Kredit? Ist der hier auch drauf? Ich habe hier so etliche Kredite. Die habe ich mir noch mehr gegeben. Gut. Bankloggen kommen glaube ich nicht. Sind ja nur 2000. Nur. Es fängt wieder an. Ich penne jetzt hier noch kurz. Ich hab da. Ich hab da. Anywhere Skype. Hat mich kontaktiert. Aber der ist. Ja. Der ist. Voilà. Ich werde schauen was mit diesem Happy Büsse hoch ist. Je nachdem kommt danach. Ja. Das bringt nichts um nichts zu sagen. Die Folge ist ja dann eh schon lange hochgeladen. Bis. Bis ihr das. Seht ihr die Folgehändler. Seht ihr. Ich habe für drei Wochen. Ich habe. 600 GB. Auf Fahrrad. Sie sind noch unkonvertiert. Und dann sind sie jetzt noch. 1,5 GB. Also. Aber wie es weiter geht. Sehen wir in der nächsten Folge. Und ich würde sagen. Bis bald. Und tschüss.